Der Schrift, ja, da steht das gar nicht drin. Das ist so, das ist völlig aus dem Kontext gerissen, was der gute Mann da so damals von sich gegeben hat. Und da war dann aber natürlich wieder voll so eine Kontroverse, wo sie sich dann hier gerade so die römisch-katholische Kirche und dann hier die Neugeistler und die Lotherier und da haben sie sich da alle jetzt da im Facebook da gestritten. Was da so jetzt nun drin steht und wie man da handeln soll, ich finde es ja interessant. Ich freue mich immer, wenn ich an solchen Debatten beteiligt bin, weil man dann auch wirklich viel dazulernt und man wieder so neue, ja wie sagt man, so neue Reize gesetzt bekommt. So hast du wieder so ein Thema, mit dem du dich beschäftigen kannst, wo du dann mal prüfen kannst, ja was ist denn da eigentlich dran? Und ich mag das immer, wenn man da so reingeht und dann mal so guckt, ja wer könnte denn da Recht haben oder wie begründet sich denn das auch? Also wie kommt man denn auf so eine Ideen? Also die Idee war schon klar, die Luther da hatte. Der gute Mann hat ja auch manchmal immer ein bisschen tiefer ins Glas geguckt, wie man wusste. Und da kann einem so ein Fauxpas auch mal passieren. Nur dass sich das immer so viele Jahre hält und das auch zu so einem Glaubensfundament wird, das ist dann natürlich wieder die Psychologie der Masse. Also wenn viele Leute etwas tun, ab einem gewissen Prozentsatz schließt man sich dem automatisch an, weil man halt das Gefühl hat, sonst im Abseits zu stehen. Das heißt also genau das Gegenteil von mir, weil ich ja generell immer mit meiner Meinung meistens immer am Abseits stehe, weil das halt nicht Mainstream mäßig ist. Das ist halt interessant, ne? Typische Philosophie aus dem alten Griechenland. Man ist halt auf der Agora immer auf sich allein gestellt, am äußersten Rand, im Abseits, wie es auf dem Fußballplatz heißen würde, ne? Ja, geil. Ne, finde ich cool irgendwie, weil es macht mir Spaß einfach sich so ein bisschen zu bilden. Es gehört ja auch mit zur Allgemeinbildung, ne? Und jetzt kennt man wieder so ein paar Zusammenhänge mehr und finde ich immer coole Sache. So, gut, haben wir das mal soweit besprochen. Sonst ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Klar, wir haben leckere Sachen gegessen, wir waren wieder in Brandenburg unterwegs und haben wieder hier und da ein bisschen was gemacht. Aber so, ähm, ja, mein Gott, also jetzt so wirklich interessant ist jetzt in dem Sinne, dass man darüber sagt, so Mensch, das war ein Highlight gewesen oder so. Das war jetzt nicht gewesen. So, wie machen wir denn das jetzt hier mit der Fackel? Das ist ja auch irgendwie alles ein bisschen blöd. Ich brauche unbedingt eine Mine oder sowas. Jetzt muss ich nämlich immer zurückrennen, alle paar Blöcke und hier Fackeln setzen. Das ist ja auch scheiße. Ansonsten seht ihr nichts. Oder wollen wir jetzt zurückgehen? Ich meine, das Inventory ist eh voll. Nur ich könnte da auch ein paar Sachen von entfernen. Also, was haben wir denn hier? Redstone. Was haben wir jetzt hier? Hier ist Tufstein. Ne, was ist das denn? Tufstein. Ist das ein Zeichen, dass eine Geode kommt? Kann das sein? Ich werde mal Tufstein. Ey, wir sind voll verstopft. Äh, also ich denke mal angeln wollen wir jetzt nicht. Das heißt, ich kann das hier schon mal da lassen. Kupfer brauchen wir in Zukunft, ist wichtig. Kies brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Naja, komm, ich schmeiß hier mal den Tufstein raus. Also, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann nehme ich mir lieber mal die Fackeln mit. Jetzt haben wir Redstone eingepackt. Und dann mache ich das mal so in Hoffnung, dass wir jetzt hier wirklich noch auf eine Geode stoßen. Dann müssen wir sowieso ein bisschen was aussortieren, weil einfach so geht das natürlich auch nicht. In welche Richtung gehen wir eigentlich? Okay, wir gehen genau entgegengesetzt von unserer Heimat. Oh Leute, das ist scheiße ohne Fackeln. Ey, wir hatten 64 Fackeln. Wir waren voll verschwenderisch gewesen mit den Fackeln da auch. Hey, gib mir mal die Fackeln. Shit. Hat keinen Sinn. Scheiße. Alter. Was mache ich denn jetzt? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Na, ist ja klasse, Freunde. Da hinten sehen wir jetzt eine Fackel. Also, wir gehen zurück, Leute. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Wir haben jetzt so gut Inventory voll. Also, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Ich werde jetzt mal hier die Fackeln wieder mitnehmen. So. Ich werde jetzt die Fackeln mal wieder mitnehmen. Und dann werden wir das mit den Fackeln in einer anderen Richtung versuchen. Ja, also, okay. Nächstes Mal nehmen wir ein paar Stacks mehr mit. Guck mal, wie sich das jetzt wieder sammelt. Weil hier ist klar, dass wir keine Fackeln mehr haben, weil sie hier überall sind. Was ich jetzt machen könnte, theoretisch. Warte mal, ich könnte die Fackeln... Können wir noch mehr nehmen? Ich überlege gerade. Eigentlich können wir doch die auch noch holen. Und dann rennen wir einfach durchs Dunkle. Und dann machen wir da einfach weiter mit den Fackeln. Was hält mich davon ab eigentlich? Warte mal. Hier ist auch noch richtig. Hier kann ja nichts passieren, ne? Nö. Und hier waren wir eh begrenzt. So, dann haben wir das ein und zwei... Freunde, komm, das machen wir. Wir rennen da jetzt einfach durch. Und dann machen wir da neue Fackeln setzen. Was soll da Quatsch? Einfach schnell durchs Dunkle. Was soll jetzt hier ein Monster kommen? Da kommt kein Monster. Komm. Zack. Und da hinten war auch kein Loch oder so. Wir gehen jetzt einfach mal immer geradeaus. Ihr seht jetzt im Moment nichts. Ja, aber... Kommen wir nur, dass uns hier kein Creeper begegnet. Laufen wir überhaupt noch? Ja. Geht. Auch ein bisschen komisch, was wir hier machen, ne? Aber... Okay. Wow. So, würde ich sagen. Jetzt haben wir 21 Fackeln wieder. Wir können jetzt weitermachen, Freunde. So einfach löst man das Problem. Wir müssen uns nur von so ein paar Sachen trennen. Ich hoffe ja, dass wir irgendwie auf eine Mine stoßen. Auf eine Mine stoßen, wo ich mir dann mal so ein bisschen Holz abholken kann. Dann kann ich mir nämlich neue Stickies machen. Und dann kann ich neue Fackeln machen. Und vor allen Dingen auch eine Kiste bauen. Wo wir den ganzen Kram da mal, den ganzen Krempel da mal reinpacken. Wird langsam Zeit, dass wir mal ins End gehen, oder? Und uns mal so ein bisschen so mit dem Thema mal... Oh. Okay. Hier ist wieder so eine... Ist das eine Geode? Ne. Sag mal, die sind ein bisschen seltener. Oh, mein Gott. Geoden sind seltener. Kann das sein? Die sind jetzt nicht so an jeder Ecke irgendwie. Weil wir haben ja noch gar nicht eine Geode gefunden, also... Hm. Hm. Ne. Gut. Da geht's nach oben. Mal da oben gucken, was da ist. Da ist was helles. Höhle. 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 Hm. Da hinten geht's irgendwie weiter. Ist das eine gute Idee, oder ist das eine schlechte Idee? Ich hab keine Ahnung. Das nehme ich erst mal mit hier. Da kommt ein Zombie. Schon lange nicht begegnet. Also haben wir hier so eine kleine Höhlentour hier. Oh, krass. Erschrocken. Und einmal weg. Ja, ein bisschen Thrill muss er hier auch drin sein, ne? In dem Play-Gameplay ja. Ne, Freunde. Scheiße. Hier ist nix. Nix, Geode. Mist. Wieder nur elf Fackeln hier. Wir werden das jetzt einfach mal so lassen hier. Und dann werde ich jetzt erstmal den ganzen Krempel... Ey, wir sind ja dermaßen verstopft. Das werde ich jetzt erstmal alles hier irgendwie mal so nach Hause bringen. Also soweit sind wir ja von zu Hause nicht entfernt. Das war hier irgendwo, ne? Ja, hier war das. Hier sind wir stehen geblieben. Gut, Freunde. Dann brechen wir hier ab. Wir nehmen das jetzt hier so mit, wie wir es haben. Und ich werde mal vorsichtshalber schon mal die Klinge in der Hand nehmen, falls wir hier irgendwie Probleme bekommen. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder durchs Dunkle. Und dann werden wir jetzt genau den gleichen Weg wieder nach... Ja, so nach Hause laufen. Laden wir erstmal ab. Und dann können wir immer noch in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir das so machen, dass wir die Höhlen, also da, wo gerade so diese Leuchtpflanzen drin sind, dass wir die vielleicht so von oben oder so sehen. So, dass wir dann gar nicht hier irgendwie uns durch den Fels graben müssen, sondern dass wir wirklich die so von oben so sehen. Und dann holen wir die einfach so raus, dass wir so durch die Landschaft laufen. Oft ist ja mal eine Ravine oder so, und dann erkennt man ja die Dinger. Dass wir halt so eher in der Oberfläche laufen, als jetzt hier so durchs Dunkle uns hier irgendwie so, ja, Strip Mining zu tun oder ähnliches. Ich glaube, das wäre sinnvoll. So, die Dinger nehmen wir wieder mit. Die sparen wir uns einfach, weil hier kommen wir eh nie wieder her. Also von daher nehme ich die jetzt einfach mit. Schade, ich hätte jetzt gedacht so, Mensch, geil, geile Folge, machst du mal hier so Geode oder so, ne? Und ja, aber das ist mir halt nicht gegönnt, ist mir nicht gegönnt. Warum, was ist denn hier los? Hä? Habe ich nicht verstanden? Achso, wir haben uns hier, ah, wir hatten uns hier reingegraben, weil wir hier angegriffen worden sind. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, hier oben waren die Fackeln. Hier hatten wir irgendwie so ein, oh, guck mal, hier sind unsere ganzen Fackeln. Wir haben ja gesucht, ne? So. So. Ja, ja, hier waren wir gewesen, genau. Hier hat alles angefangen. Hier waren die Creeper, ne? Das ist aber auch wirklich eine krasse Höhle hier. Also die ist wirklich richtig krass. Ja, guck mal, geht richtig tief teilweise runter. Hier musst du richtig aufpassen. Durch diese ganzen einzelnen Becken hier, die wir hier haben. Und hier sind wir, glaube ich, einfach nur so runter, so runter gehüpft. So, jetzt müssen wir natürlich wieder nach oben, ist klar. So, das machen wir mit unserem alten Trick hier. Was ist hier? Da oben sind wir hergekommen, okay. Dann gehen wir da natürlich hin. Hier sind wir dann wohl runtergesprungen. Na gut, hier stack ich mich nach oben. Eh so viel Krempel bei. Das können wir dann gleich hier so da lassen. So wunderbar. Äh, okay. Aha. Da oben wieder. Wieder nach oben ist denken. Besser erst mal nach oben gucken, ne? Ja, schade, Mensch. Das wäre jetzt geil gewesen. So eine richtig schöne Geode. Das hätte mich ja wirklich fasziniert. Jetzt, wenn wir das so gleich so hinbekommen hätten. Aber wir werden die finden, Leute. Wir werden die finden. Ich glaube, es ist gerade Nacht, ne? Gut, ein Bett habe ich bei. Dann müssen wir hier mal kurz schlafen. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Monster in der Nähe sind. So, guten Morgen. Sieht gut aus. Da oben sehe ich auch schon den Himmel. Okay, würde ich sagen, souverän zumindest den Ausgang gefunden. Wenigsten etwas. Von dem her haben wir erst mal keine... Was ist denn da oben? Jetzt erzähl mir nicht, da oben sind Leuchtpflanzen. Also wenn wir die noch mitnehmen könnten jetzt, dann hätte sich das wenigstens ein bisschen gelohnt. Aber sieht nicht danach aus. Ne, jetzt sind wir wieder komplett an der Oberfläche. Und ich sehe auch schon... Da wartet ein Creeper auf uns. Schnell weg, schnell weg. Und der Zombie brennt. Okay, so. Der wäre fast explodiert, ne? Okay, der lässt schon ab. Wow. So. Also, die Gegend ist nicht so schlecht. Da ist ein Skelett. Ich habe es gesehen. Okay, hier ist schon wieder so ein... Eine Ravine. So, wir müssen wohin? Wir müssen in die Richtung. Ja, Freunde. Eine kleine Abenteuerreise durch eine tiefe Höhle. Richtig viel Abenteuer haben wir ja nun nicht erlebt. Aber wir haben zumindest ein volles Inventory mit irgendwelchen Gribbelgrabbel, den wir eigentlich gar nicht brauchten. Aber zumindest haben wir ein bisschen was farmen können. Irgendwann werden wir es sicherlich brauchen. Ich sage ja immer wieder, das Glas ist halb voll. Also, ich bin optimistisch. Und, ähm, ja, wer weiß. Vielleicht finden wir jetzt durch eine neue Taktik ja dann ein bisschen eher unsere Leuchtbeeren und auch unsere Amnethyst-Geoden. Weil die müssen ja irgendwo im Spiel enthalten sein. Die müssen ja irgendwo generiert sein. Und genau dieses müssen wir halt suchen. Was ist da unten? Ist da sowas in der Richtung? Ich gucke jetzt immer mal hier. Das ist so die Hoffnung, wo ich habe, dass hier an so einer Stelle hier, dass da irgendwie sowas ist. Ja, so, das stelle ich mir so vor, irgendwie. Gut, in dem Fall war es nicht so. Naja, so, hier sind ein paar Bürgen. Hm. Ich muss mal gucken, wann ich diese Folgen hier übrigens rendern tue. Ich hoffe mal, weil das schaffe ich heute garantiert nicht. Das ist jetzt auch schon wieder 12 Uhr. Ich muss mich jetzt gleich fertig machen. Weil heute muss ich einen Termin wichtigen, den ich einhalten muss. Da ist auch eine neue Website, mit der ich mich beschäftigen muss. Die nennt sich, wie ist die? Gute Frage oder so heißt die Website? Eine ganz komische Website. Also Gute Fragen oder so heißt die. So ähnlich, so wer weiß was. Ah, hier sind wir. Und, ähm, ja, da muss ich mich heute noch so ein bisschen mit beschäftigen, um marketingtechnisch ein bisschen was zu machen. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit, ne. Ich muss mal gucken, vielleicht rendere ich das morgen weg. Vielleicht, wenn ich, nee, warte mal, das ist am Wochenende. Nee, Montag. Montag werde ich es dann wegrendern und hochladen. Also es könnte möglich sein, dass ihr jetzt vielleicht so ein paar Tage wahrscheinlich keine Folge gesehen habt. Aber wenn, dann kann es nur zwei oder drei Tage sein. Wenn ich Glück habe, liegt es direkt auf dem Samstag, Sonntag, wo ich eh keine Folgen hochlade. Dann würdet ihr mit Montag einer neuen Folge starten. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie ich es schaffe zu rendern. Also ich versuche mir Mühe zugeben, das so schnell wie möglich hinzubekommen. Ne? Genau. Und dann muss ich schauen, dass ich nächste Woche dann wieder neu aufnehme, die Zeit finde und dann mal gucken. War ja schon blöd, ne. Weil wenn man so dabei ist zu gucken und dann will man ja auch jeden Tag seine Folge haben, ne. So geht es mir ja auch. Puh, was für eine Tour, ey. Also wir haben einiges mitgenommen. Gucken wir uns jetzt auch gleich mal genau an, was wir da so mitgenommen haben. Außer, dass ich hier gerade voll zerlaufe, ey. Weil der dermaßen schwül draußen ist, ey. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit. Neulich auch ein riesiges Gewitter gehabt. Da dachte ich, oh, so meine Fresse, ey. Was war los, ey? So, Bruchstein. Da haben wir ein bisschen was mitgenommen. Packen wir das mal rein. Okay, also zwei Stacks etwa haben wir mitgenommen. Jetzt haben wir ganz viel Lapis. Erze. So, da haben wir ganz viel Lapis mitgenommen. Das können wir jetzt mal alle Tierkommen. Jetzt werden wir mal den ganzen Lapis mal hier mal irgendwie in Blöcke, Blöcke verwandeln. Oh, da ist ja wirklich einiges an Lapis. Das ist ja wirklich schön. So, sechse bleiben übrig. Die brauchen wir dann zum Verzaubern. So, da haben wir 20 Blöcke. Na, das ist doch mal nice. So, schaut mal einer an, Freunde. Was wir hier an Lapis haben. Also verzaubern können wir hier wirklich ohne Ende. So, was haben wir noch mit dazu gekriegt? Eisen, Rohmaterial. Gut, brauchen wir nicht. Kupfer haben wir hier irgendwo. Genau, Kupfer baller ich da rein. So, jetzt ganz wichtig. Warte mal, das packe ich mal gleich hier hin. Damit würde ich mich nämlich beschäftigen. Da haben wir diese Dinger hier mitgenommen. Tropfsteinblock und Spitzertropfstein. Die brauchen wir nämlich für unsere Höhle. Also das war somit das Wichtigste, was wir jetzt erstmal mitgenommen haben. Als Deko-Element. Das ist sehr, sehr gut. So, dann machen wir erstmal hier die Kohle da rein. Redstone können wir da reinballern. Hier sind Monster-Drops. Drop, drop, drop. Das kommt da rein. Gold haben wir noch mitgenommen. Okay, Gold haben wir jetzt auch wieder. Oh, okay. Gold haben wir auch wieder ein bisschen. Mehr sehe ich gerade. Müsste man auch mal schmelzen wieder. So, und wir haben Diebsmade wieder mitgenommen. Neun. Ja, Bruchtiefenschiefer ist auch wieder neu dazugekommen. Die Kiste ist wieder voll. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und der Rest, der bleibt mal wieder übrig. Den muss ich dann nochmal sortieren. Den ballere ich hier erstmal rein. Was wir da haben. Genau, das sortiere ich dann in Ruhe. Wenn wir wissen, wo wir das Gedöns hinpacken. Also, Tropfsteingedöns brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wir können diese Dinger auch vermehren. Das heißt also, dekotechnisch sollte das kein Problem sein. Weil die wachsen ja, glaube ich, auch, ne? Durch Wasser. War das nicht so? Ich glaube, die haben Wachstum. Die wachsen. Das heißt also, die können wir immer wieder, die Dripstones, die können wir dann immer wieder farmen. Also, das passt auf jeden Fall. Wenn ich mache mal eine Dripstone-Farm, das kriegen wir hin. So, was jetzt fehlt, sind diese Leuchtbären. War doch so, oder? Fehlen die, oder haben wir die schon? Ne, die fehlen, glaube ich. Genau, die hat man nicht. Leuchtbären fehlen und, ja, diese Amnethyst-Geschichte, die fehlt. Wir brauchen ne Geode. So, also das heißt, wir müssen nochmal los. Und diesmal nehme ich mir mal ein paar Fackeln mehr mit. Freunde, ich nehme mir mal ein paar Fackeln mehr mit. Holz und Holz. Wir werden Holz mitnehmen, Leute. Wir werden Holz mitnehmen. So, also erstmal nehme ich mir hier Stickys mit. Hier sind übrigens noch Fackeln. Die nehme ich auch mal mit. Jetzt haben wir 38. So, und dann werden wir, ganz wichtig, Holz. Wir nehmen jetzt, wenn wir auf Reise gehen, immer Holz mit. Sodass wir im Notfall immer uns neue Fackeln machen können, Kisten bauen können und, und, und. So, jetzt haben wir hier zweieinhalb Stacks fast. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Das ist sehr gut. Aber ich nehme trotzdem noch Holz mit. Wir werden, guck mal, wir haben doch bestimmt hier noch erstmal hier die Stickys. Und hier oben hatten wir doch irgendwo Fichte, haben wir, glaube ich, ganz viel, ne? Ja, das sieht gut aus. So, guck mal, wenn ich hier die Hälfte mitnehme, 16 Rohblöcke, da kriegen wir richtig viel raus. Damit können wir im Notfall Kisten bauen, Crafting Table bauen, alles, was wir so brauchen. Und dann sollte das passen. Die Richtung fand ich eigentlich ganz gut, die wir da gegangen sind. Also, die sah vielversprechend aus. Ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme-Season werden wir das nochmal machen. Jetzt sind wir besser ausgerüstet. Hier ist auf jeden Fall genug Platz drin. Dripstones brauchen wir nicht mehr. Was brauchen wir jetzt? Leuchtbeeren und Amnethyst. Das ist alles. Freunde, war es gewesen. Nächste Aufnahme-Season, nächste Woche machen wir weiter mit Wandern. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir machen wieder Wanderung. Und ja, dann war es das gewesen. Erstmal schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020